jojo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme von dem minecraft team da sind sie hallo ich bin mit kameramann wechseln genau und zwar nein der centus black nimmt immer noch auf und ich habe mir den namen von centus black geklaut und wir sein skin genommen und steht jetzt hier also ich nehme heute mal auf einfach mal so spaß jeweils ein centus black hätte eigentlich heute keine zeit gehabt aber wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf dann ist er trotzdem dabei und ja dann nehme ich jetzt einfach auf einfach aus prinzip man ist ja wieder dunkel jetzt ist wieder dunkel ich will jetzt nicht tippen machen wir auch gar nicht haben wir gesagt ja das heißt ich es ja auch nicht machen sonst würde ich wieder an mord zu natürlich das gemacht habe und so derjenige der das gemacht hätte wir bestimmt mal die gewesen ich stehe überhaupt nicht im auftrag ne jo ich benutze das oc detector pack vom fv disco ich weiß nicht ob ihr den kennt könnt ihr den nein ach schade der hat den tempel auf notch gebaut und so so das habe ich gesehen dass wir gehen wir alle schlafen na gut bin auch lichter ich bin mal gespannt ob mein kopf wird immer wieder abgestützt bei mir oder nicht ich mir doch muss auch warten bis alle im bett sind ja das kommt weil alle op sind ja aber mir auf und zwar was ist ja nicht so oder ich kann auch sein dass das durch eigen mod ist wahrscheinlich durch es ist es sind zählt und dann haben wir auch drauf ja weil das andere wahrscheinlich anders eingestellt ist bei euch gehen mal kurz zum stadt kann natürlich sein genau ich gehe auch mal mit zum stadion groß auch mit centus flag soll ich beim stadion soll ich beim stadion keine ahnung was euch denn auch da da gibt stellen wo das glas kaputt ist beim stadion etwas gemacht keine ahnung das war so das war so ein Grund ich ente mal das fällt viel spaß und ich finde die zuvor aus spannendes viel spannender ist ein solches das ist ja einfach ein ohne was zu sagen ich habe das so schön gebaut was denn ach dieses ding den Eingang auf die tribüne hier ja da sieht ähm der sieht voll toll aus ich bin überwältigt ja ja komm bei den niedrigen tribünen muss man improvisieren bei deinem kopf auch Prozent oder fällt es gleich das das und da auch wird das gemacht oben im Dach fehlt auch noch was das haben wir gestern gesehen wo wir das wird schon aufgenommen haben verdammt wie sieht das mit dem tecnic aus da also der schuld zwei folgen draus geworden gut da ohne unterbrechen haben wir komplett durch aufgenommen das mit dabei mit dreimal minecraft abgeschmiert ist wie lange ist dann eine folge ungefähr 15 16 minuten ich glaube die zweite ist sogar noch kürzer hätte aber auch jemand langweiliger war hat da jemand eine anbaufläche hier gemacht ne die war noch da unter die hat er mit da untergesetzt die zweite ach ich m bräuchten aber unbedingt viel viel größeres Feld wofür getreide fällt achso könnte er kann es ja so automatisch bauen m m das macht man schon noch fertig vorliegen oder nur es sind schon für dich etwa nicht ganz das wird nur noch Prozent links und rechts die Wasserflüge die Wasser am Jahr aber eigentlich ganz da haben wir es nicht mehr schafft weil du früher gehen musst du so glauben das ist doch irgendwo löcher 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 glaubt mein kopf ist wieder abgespielt bei mir oder was hast du denn für minecraft mensch nene ist schon gut ich bin gerade irgendwie bis zum wund gerade? sei ruhig kleines mädchen 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 geben wieder bekommen ööö ja glaube ich schon ein bisschen fehlt mir glaube ich vielleicht nicht schau vor ne Spitzack hast du noch? hab ich gerade im Moment da nein die habe ich nicht ich habe nur so getan als hätte ich so was ja wieso tust du so was weil er gemein ist ja weißt du noch so ich glaube ich seh ich also ich seh keine Löcher mehr flieg mal kurz hin und guck mal nach cheater cheater ich bin ein YouTuber profan also echt ich find das so geil hier sind überall so schwarze Punkte auf dem Feld ja ja Dach ist auch heil weil ich ja ich hab ja connected textures drin ne und hier oben sind ähm und hier das OCD techchapik hat keine eigene keine eigene glas ähm ding und deshalb hat es halt das standard minecraft glas und das hat so striche drin und durch den Schatten wird das alles hier nach unten geworfen und das das sieht kacke aus gibt's doch zu das sieht voll kacke aus echt lass alles zu jetzt das werden die Zuschauer dann auch sehen können wie kacke das aussieht hier mhm oh was hast du denn hier gemacht wo hier war ich nicht nein das war bestimmt der böse Griefer der hier auf dem Serverfahrt war bestimmt der Quatsch null nö geht ja gar nicht wieso hab ich noch von der Weitlösung wieder runter gemacht ach so ah der war mir nicht schon mal auf dem Server ja einfach gleich nächsten Tag schrecklich mhm das geht doch nicht ja stimmt mädchen wir müssen den Eingang nur ein bisschen noch verbessern hier ich treff nicht man kann viel Wasser getrunken heute nein vorher ich kann mal zum Staudamm es geht doch auch darum ich kann mich noch vorstellen aber